Guten Morgen, Naughty! Du bist heute aber früh dran. Was für ein wundervoller Morgen! Was ist das für ein Lern, Naughty Bär? Hört sich nach irgendeinem Lebewesen an. Was das wohl sein könnte? So etwas habe ich noch nie gesehen. Du vielleicht, Naughty Bär? Sieht aus, als hätte es eine Kamera auf dem Kopf. Was für ein seltsames Ding. Wer würde so etwas Grausames machen? Also sowas. Cosi scheint die Armee gerufen zu haben, damit sie Kameras auf den Köpfen anbringen. Ich frage mich, was sie da machen. Oh nein, der General und Cosi scheinen sich verbündet zu haben. Ich fürchte, dass diese gemeinen, plüschigen Vogelkameras dich auch spionieren wollen. Wie schrecklich. So etwas andere nachspionieren ist ganz schön mies. Vielleicht solltest du versuchen, so viele dieser plüschigen Vogelkameras wie möglich zu erwischen. Wie schrecklich.